Die nächste Gruppe, dass es den Schwabach auch Gruppen gibt, die tanzen können, beweist die nächste Gruppe. Sie war letztes Jahr beim ersten internationales, Moment, beim ersten bayerischen, oh Gott, erstes bayerische, erstes internationales. Beim ersten bayerischen waren Sie die drittplatzierten. Sie tanzen nach dem Motto Dance for a Better World in der Richtung Modern Dance und Freestyle. Ich darf präsentieren aus Schwabach, Matt. Anni Schwabach! Anni Schwabach! Anni Schwabach! Musik 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 Oh, wow. So, jetzt hab ich das wirklich schönes, ja? Vergesst eure Sonnenbirne nicht. Wie gesagt, Meitau, Schwaber, herzlichen Dank.